Ach Schatz, wenn ich mit dir hier so sitze, dann vergesse ich all meinen Kummer. Ich wollte dir das gestern schon auf der Party sagen, aber da war es so laut. Du bist das Beste, was mir passieren konnte und die Zeit mit dir ist ein riesiges Geschenk. Ich genieße jeden Augenblick und das jetzt seit anderthalb Jahren. Äh, was? Schon seit anderthalb Jahren? Dann ist jetzt auch langsam mal gut, ne? Soll ja aufhören, wenn's am schönsten ist. Ich sag mal so. Sesshaft werden liegt mir nicht, aber es liegt nicht an dir. Dafür auf der Hand, die Frage ist nur, wie ich's formulier. Solche Sachen sagt man am besten durch ein ganzes Blumenbeet, damit auch du's verstehst. Du kennst doch Nuratkreme und Kandiswürfel. Lecker, aber hat man dann zu viel genascht, muss man schon beim Anblick würgen. Der Poet weiß, du warst eine klasse Frau, aber nachts sind alle Katzen grau. Viele Sachen sind nur Phasen, so wie das mit Che Guevara. Ja, irgendwann ist man ja auch zu alt für Kassballer Theater. Ja, verlassen ist ein hartes Wort wie Pimmelgesicht. Ich verlasse nur ein sinkendes Schiff. Die Geschäftsreise bis hier war perfekt kleine. Doch hat man alle GTA-Missionen durch, kann man die DVD auch wegschmeißen. Man kennt das auch aus der Schauspielbranche zu. Langer Vertrag, keine Aufstiegschancen. Jetzt ist Erntedank, ich bin schwer betrankt. Das Feld trägt keine Frucht mehr, die mich nähren kann. Erntedank, ich hab nicht mehr verlangt. Der Hummer treibt mich in ein fernes Land. Denn wir sind Nomaden, Nomaden, die müssen weiterziehen. Wir sind Nomaden, Nomaden, nur keine Zeit verlieren. Wir sind Nomaden, Nomaden, die müssen weiterziehen. Wir sind Nomaden, 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 Nomaden. Denn die bleiben nie am gleichen Ziel. Baby, ich weiß von deiner krassen Angst. Ich hab gesagt, dass ich für immer bleibe. Worauf du dich verlassen kannst. Doch verlassen ist doch schon das Stichwort. Alles hat ein Ende, du kennst doch das Sprichwort. Siehst du die Rose hier? Die ist bald abgeblüht. Du warst mein schönster Fall, bevor sich die Akte schließt. Von meinem Aktmodell zum Auslaufmodell. Ich muss leider weg zum Wagen, der grad draußen hält. Mit deiner Nachfolgerin für kurze Zeit mein Traum. Man kann den gleichen Kaugummi doch nicht zweimal kauen. Deine Achterbahn ist abgefahren, ich muss zum Riesenrad. Es gibt so viel bunte Fahrgeschäfte in dieser Stadt. Das Leben ist ein Autoscooter. Man dummst so rum und eckt halt an, dann steigt man aus. Stichwort Billy Boy, stell dir doch einfach vor. Das Büro hier wär oval und leg im weißen Haus. Erntedank, ich bin schwer betankt. Das Feld trägt keine Frucht mehr, die mich nähren kann. Erntedank, ich hab nicht mehr verlangt. Der Hummer treibt mich in ein fernes Land. Denn wir sind Nomaden, Nomaden, die müssen weiterziehen. Wir sind Nomaden, Nomaden, nur keine Zeit verlieren. Wir sind Nomaden, Nomaden, die müssen weiterziehen. Wir sind Nomaden, 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 Denn die schreiben dir vielleicht nen Brief. Also ganzù23 Uhr wird ein And ich habe die 500-Meierhe, dieります richtig. Redaktion wird alle zwei größer. Kanadeturnimas Pfund auf den çahalten, wennans Effekt kommt. können wir mit dir unsere Monster Yung nimmt. Untertitelung des ZDF, 2020